So Leute, ich bin hier heute auf Leonhins Kanal, weil er meint, ich muss von unbedingt hier zum Ole Ole in Mannheim, das ist jetzt mal eingeblendet. Er meinte irgendwie, keine Ahnung, dass ihm jetzt das Spielparadies gehört, er hat das irgendwie gekauft oder so. Ich dachte so, hä, das kann doch gar nicht sein. Ey, was willst du hier? Hä? Die andere Straße ist, also das Altersheim ist dort hinten. Ey Bro, was soll das denn jetzt hier? Darf ich nicht im Spielparadies mehr mit 24 oder was? Ey, warte mal, warum arbeitest du hier denn überhaupt? 50 Euro bitte. 50 Euro Eintritt? Spaß, 150 Euro. Ey, wir sind doch Burger Pommes, Brüder, was denn da? Darf ich hier nicht kostenlos rein, ich mache auch Werbung hier für deinen Laden. Aber ganz schnell. Mann ey. 150 Euro. Ja Leute, 150 Euro. Digga, das ist viel zu teuer. Nee. Lass uns kurz nachzählen. Ja, zähl mal hier. Ja, gut. Aber erstmal, ich will mal sagen, ich muss jetzt erstmal schauen, wie du da bist. Mann, ich kann hier nicht rein. Alter, jetzt kann ich. Digga, seit wann bist du hier der Chef, Leontien? Digga, ich habe hier für ein paar tausend Euro gemietet. Was? Weil ich gewinne ja immer seit dem Sieg und Sohn. Alter, du hast ja ein richtig fettes Spieleparadies. Ja, Digga. Bro. Soll ich dir mal zeigen? Ey, zeig mal. Schuhe ausziehen. Ach so, ja, okay, sorry. Und jetzt, Alter, hier hast du sogar eigene Trampoline, Digga, sechs Stück. Und da hinten auch nochmal. Ey, welche Trampoline findest du besser? Warte. Wow. Digga, einfach Backflip. So. Richtig krank. Okay. Und da hinten hast du auch nochmal. Ja, da habe ich auch nochmal. Okay, lass mal da hinten gucken. So. Fang. Ey, Bro. Digga. Was auf einmal, wieso jetzt doch geile Schuhe? Digga, du hast hier XXL Jump House. Was denn jetzt passiert, Mann? Alter. Was? Digga, hier sind so Würfel. Irgend so ein Kind hat es hier. Boom. Ja, da muss man alles wieder in die Grube hier zurück machen, ne? Digga, du hast ja richtig krasse Sachen. Ey, schau mal. Machst du jetzt krassen Trick? Ja. Alter. Von da? Ja. Ja, okay. Du darfst nicht. Ja, ich darf leider nicht wegen meinem Knie, Leute. Ich würde gerne. Nein, du darfst gar nicht rein. Ey, darfst du auch so nicht rein? Nee. Ach so. Oh Mann, ey. Oh. Alter. Kommst du raus, Chef? Gib mir die Hand. Ey, aber stopp. Du hast gesagt, ich darf hier 150 Euro nur bezahlen. Jetzt soll ich dir die Hand geben? Okay, warte mal. Ich gebe es dann, da muss ich noch 150 mehr bezahlen. Alter, was ist das denn? Das ist doch Wucher hier. Leute, normalerweise, wenn Leonti nicht da ist, kostet das auch nicht so viel. Ey, Alter, was? Für euch kostet das 10 Euro. Für Lukas kostet es 515 Euro. Ja, weil ich einfach mehr Geld habe, oder was? Ja. So, Leute, jetzt würde ich sagen, Leonti, zeigst du mir jetzt mal den Rest von deinem Spieleparadies. Ich bin jetzt richtig gespannt, was du hier alles hast. Was will ich jetzt sehen? Ja, lass mal hier gucken kurz. Sag mal so. Ich sehe hier, Alter, du hast eine richtig krasse Hüpfburg hier, ne? Ja. Ey, schaffst du es da ganz nach oben? Ich kann nicht. Oha. Ich glaube, das wird richtig schwer mit Socken. Das hat er nicht. Ich darf nicht. Haha, ich glaube, das geht nicht so einfach. Ey, Alter, du hast hier richtig krasse Sachen. Digga, was hast denn du da hinten? Nein, ich habe einen Fußballplatz. Fußballplatz hast du hier sogar? Fußballplatz. Bro. Ey, Leute, Leonti, das ist krass, das Spieleparadies. Leute, so ein Klavier. LoL. Komm, du bist Torwart. Digga, wie krass. Du bist Torwart. Ich bin Torwart. Bro. Ey, warte mal. Was gibt es denn hier so? Spiele? Oder einfach, schieß einfach. Ey, Leute. Digga, das ist zu krank, Mann. Leonti, hast echt was Fettes hier gemietet. Und Action. Wow, Digga. Ey, Digga, du hast richtig hart geschossen, Mann. Es war viel zu hart. Wow, okay. Aber sehr stark. Komm, lass mal weiter gucken hier. Ich bin gespannt, was du noch hast im Spieleparadies. Ist hier noch so eine Drehscheibe, oder was ist das? Lass mal kurz gucken. Da darf ich nicht drauf. Hier, hä, darf ich nicht drauf? Nein, doch. Mann, Leute. Und jetzt, Alter, hier ist noch so ein riesen Klettergerüst, ne? Ey, sollst du mal das Kiosk zeigen? Ja, ey, das Kiosk will ich gleich als allerletztes sehen. Aber, oh, hier ist noch richtig klasse Rutschen und so, ne? Rutsch mal gehen, danke. Da sind 5.000 Euro. Echt? 5.000 Euro? Ja. Okay, dann rusche ich die natürlich mal. Das hört sich sehr gut an. Dann habe ich ja Plus gemacht, wenn ich hier war. Also nicht die Regenbogen. Nein, da sind 150.000. Und, was? 150.000? Ja, das ist da eben. Alter, Leute, rutsch einfach über die Stufen. Ey, danach gehen wir aber zum Kiosk, ne? Ja. So, Leute, ich habe ein bisschen Angst, hier runter zu rutschen. Oh, 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 oh. Yeah! Was? Stimmt, da waren gar keine 5.000 Euro. Digga, Leontien, ey. Und was ist hier? Oh. Wow. Das ist so ein Bumper. Ey, Digga, du hast hier einfach so eine Kartbahn. Digga, wie heftig. Und hier so ein... Ja, ich habe eine Kartbahn von 5.000 Euro bekommen. Digga. Alter, und diese crazy Twisters. Ey, wie viel bezahlst du dafür? 150.000 Euro. Alter, das ist geisteskrank viel. Ja, okay, lass mal ins Kiosk. Ich hab richtig Hunger. Let's go. Ich bin nicht mal richtig gespannt, wie der und ich ins Kiosk hier aussieht. Also du hast es jetzt neu eröffnet, ne? Ja, ich muss erst mal gucken, was es gibt. Willst du es machen? Ey, das Flasch wäre schon geil. Der blauer. Ich gebe dir kein Schwerf, aber dann mach ich einfach Saures rein. Ey, jetzt will ich unbedingt das Kiosk abchecken, ne? Ich brauch die Kamera, das ist privat da alles. Ach so. Das heißt, ich muss außen warten? Ja, du musst genau da warten. Ach so, ja. Du musst dann erst mal da warten. Ja, dir und die noch teilen. Grüßt ihr, Opa. Ja. So, weißt du? Jetzt nehme ich erst mal was ganz Saures ins Schwerf. So. Okay, was willst du haben? Hier gibt es ja richtig geile Sachen. Boah, ey, aber ich will so einen blauen Slash. Kriege ich so einen blauen? Einen blauen Slash, natürlich. Ja. Wer ist hier, der blaue? Wo? Hier, komm, ich halte die Kamera. Dann kannst du es einfacher machen. Alter, ey, da ist doch die Hälfte daneben gegangen. Ey, da kommt ja nur noch Flüssiges raus. Das ist Powerade jetzt. Oh! Alter, Leonty, nutzt dich ja voll mit Slash-Gedingens. Digga. Das war es komplett an der Stelle. Musst du einmal Hände waschen? Nein. So, wir müssen das Hände waschen. Alter, Leonty. Das Slash auf den eigenen Pullover. Lukas, ich muss kurz was sprechen. Ach so, Special. Digga, du hast ein richtig geiles Brawl Stars Shirt, Leontyn. Ja. Digga, richtig krass, muss ich schon sagen. So, ist jetzt fertig, endlich mein Slash. Hier, Bräuchchen. Ey, was hat der denn, was hat der mir da reingerührt? Ey, machst du mir ein richtig Special Slash hier, ne? Krass, Mann. Ey, Leute, check mal ab, was es hier alles gibt. Richtig geil. Kurz die Kamera. Ja. Und gib mir bitte diese M&M's. M&M's, du bist, oder? Schoko M&M's. Was soll ich denn mit M&M's jetzt im Slash? Nein, ich will, ich mach die doch nicht im Slash. So. M&M's. Mach ich das jetzt. Ey, Leonty, was machst du da eigentlich? Schoko M&M's, du kriegst jetzt eigentlich mal ein Slash. M&M's. Okay. Es gibt da noch so etwas wie saures M&M's. Okay, ich würde sagen, hier. Okay, let's go. Und? Boah, der ist richtig sauer. Was hast du reingemacht? Saures. Ey, da sind immer ein M&M's drin. Ja. Lol. Ey, Leonty. Ja. Was hast du wieder reingemacht? Saure, ich habe diese saugen Dinger reingemacht, also das hier. Oh mein Gott, ey. M&M's. Digga. Ja, ich habe noch etwas Fett. Okay, Leonty, ja. Timber. Ey, du hast dich wieder Obst genommen. Was hast du hier noch, Alter? Digga, du hast hier noch so ein Bällebad. Ja. Das ist ja geisteskrank, Mann, Leute. So, jetzt bin ich mal gespannt, Leonty. Alter, du hast hier so ein richtig fettes Bällebad, Digga. Digga, lol. Das ist ja richtig krass, Leute. Ich muss da auch mal kurz rein. Oh. Digga, lol. Was? Bälle schlacht. Oh. Oh. Let's go, Leute. Bälle schlacht. Oh. Oh. Okay, ich gehe schnell raus hier. Aua. Digga. Alter, hier sind sogar noch so ein paar Automaten am Start. Alter, die sind natürlich jetzt aus. Da sind ganz viele Lollis drin. Ja. Bro, ey, sag mal ehrlich, wie viel verdient man mit so einem Spieleparadies, Leonty? Mit diesen Dingern allein. So. Und mit dem Dreh 20.000 Euro. Was? So viel? Aber mit diesen Dingern da. Alter, ey, du bist echt der Krasseste. Ich sag dir ehrlich, Leonty. Ey, Respekt. Ey, bin ich denn auf dem Eis oder so? Alles gut, Leonty. Ich bin jetzt bedient, sage ich mal so, ne? Ey, Leute, schaut mal, der hat hier auch Powerade, alles am Start. Richtig krass. Wann gibt's hier die Paulberger Limo? Komm mal her, komm mal her. Was denn? Ja, was ist denn? Ah. Aua. Ey, du hast ein Überei an mir aufgemacht. Schön, dass du mir das anklagst. Ey, Leontyne, ich würde sagen, ich habe jetzt auch echt keinen Bock mehr. Doch. Ich muss hier so viel Geld bezahlen. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, Leute, Leute, kommt hier hin, wenn ihr wollt, ein Spielparadies. Und ich gehe jetzt nach Hause. Ich gehe jetzt nach Hause. Ciao, ciao.